Hey, Johannes hier für NBB.com und auf der CES 2022, da war auch ROG, also die Gaming-Sparte von Asus vertreten und die haben ein Gaming-Tablet vorgestellt, und zwar das ROG Flow Z13. Schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Also wenn man sich das Design anschaut, dann sieht man schon, okay, das ist wirklich Gaming. Also CNC-gefrästes Metallgehäuse, schönes Gaming-Design, also ganz ROG-typisch und natürlich darf auch nicht auf RGB verzichtet werden. So gibt es auf der Rückseite ein kleines Sichtfenster, da kann man die RGB-beleuchtete Hardware sehen. Also braucht keiner natürlich, aber es sieht einfach geil aus. Das Tablet hat ein 13 Zoll Display, es wird zwei Varianten geben, also einmal mit 4K 60 Hertz und dann nochmal mit Full HD 120 Hertz. Die sind dann beide jeweils 16 zu 10 und werden durch Gorilla Glass 5 geschützt. Auf der Rückseite gibt es dann auch einen Kickstand, der bis zu 170 Grad umgeklappt werden kann, also hier kann man beinahe jede Position einstellen, je nachdem wie man das schreiben möchte. Es ist ein Gaming-Tablet, also sollte hier auch mal was geboten werden. Und in seiner stärksten Ausführung, da ist ein Intel Core i9-12900H mit 14 Kernen verbaut und dazu dann noch eine Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja und dank des Formfaktors kann man hier ganz unterschiedlich spielen, also entweder als Tablet mit dem Touchscreen oder stationär mit dem andockbaren Tastaturcover oder ganz traditionell mit Gaming-Tastatur und Maus. Und wer es so richtig übertreiben möchte, der kann natürlich auch eine XG Mobile eGPU anschließen, die neu vorgestellte mit AMD Radeon RX 58M XT Laptop Grafik oder auch die vom letzten Jahr mit der Nvidia GeForce RTX 3080 Grafikkarte. Es ist ein 4 Zellen 56 Watt Akku verbaut und eine Akkulaufzeit, die gibt Asus leider nicht an. Es steht WLAN 6E und Bluetooth 5.2 für die Konnektivität bereit, außerdem auch noch ein Fingerabdrucksensor und auf der Vorderseite haben wir eine 27P Webcam und auf der Rückseite eine 8 Megapixel Kamera. Für ein Tablet hat es eigentlich auch recht viele Anschlüsse. Wir haben hier ein Audio-Port, ein ROG XG Mobile Interface, ein USB 2.0 Type-A, ein USB 3.2 Gen 2 Type-C und Thunderbolt 4, außerdem auch noch ein MicroSD-Kartenleser. Das ROG Flow Z13 wird ab dem ersten Quartal 2022 ab 1.899 Euro in Deutschland verfügbar sein. Und das war mein erstes Hands-On vom ROG Flow Z13. Vielen Dank fürs Zuschauen.